Wer kennt es nicht? Man macht eine Tour mit seinem neuen E-Bike und kriegt immer mehr Durst und immer noch mehr Durst, weil das neue E-Bike einfach keinen Getränkehalter bietet. Aber weil wir schlicht genial sind, lösen wir heute dieses Problem. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gadgets Powered by PowerUnity. Wir freuen uns, dass ihr uns in den Weiten des Internets gefunden habt. Heute widmen wir uns einem Thema, das so alt ist wie die Menschheit selbst, die E-Bike-Hersteller aber bisher so gut wie nicht interessiert hat. Das Thema Durst. Der Mensch braucht Flüssigkeit, um überhaupt überleben zu können. Und beim Sport braucht er noch viel mehr davon, was uns auf eine Idee gebracht hat. Während man in Ruhe im Biergarten mit einem halben Liter zufrieden ist, braucht man beim Sport entsprechend mehr. Deshalb haben wir einen Sixpack an unser E-Bike montiert. Nichtsdestotrotz ist nicht alles Gold, was glänzt. Doch seht selbst. Es erfordert eine komische Fußhaltung, eine ziemlich bescheuerte Fahrtechnik und es hinterlässt Scherben beim Downhill fahren. Was vor allem nachfolgenden Bikern und deren Reifen zum Verhängnis werden kann. Doch es gibt ein besseres System. Fidlock Bottle Twist. Statt eines selbstgebauten, schlecht sitzenden Getränkehalters bietet Fidlock eine Halterung, die an nahezu jedes E-Bike passt, leicht zu montieren ist und vor allem auch während der Fahrt nutzbar ist. Der große Vorteil besteht im minimalistischen Design, das kaum aufträgt und somit eine einfache Montage am Rahmen ermöglicht. Somit ist sowohl eine Montage oben auf dem Rahmen als auch zwischen den Rohren möglich. Und der Akku stört, wie man sieht, nicht. Fidlock bietet ein erschütterungsresistentes Getränkehaltesystem. Gut für Mountainbiker, aber natürlich auch für den ganz normalen Stadtradfahrer. Durch die Magnettechnik kann die Flasche während der Fahrt einfach befestigt werden und durch einen einfachen Dreh wieder aus der Halterung gelöst werden. Alles in allem müssen wir leider feststellen, dass unser 6-Pack Getränkehalter zwar mehr Flüssigkeit aufnehmen kann als Fidlock, ansonsten aber absoluter Blödsinn ist. Mit Fidlock seid ihr besser aufgehoben und ihr seid nicht angewiesen auf ein gut ausgebautes Trinkwasserbrunnensystem. Ein durchaus schönes Gadget, aber völlig nutzlos, wenn euer E-Bike nicht mehr da ist. Deshalb Biketracks von PowerUnity.